einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play um 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 schlafen was für los Danke geh doch endlich ins Bett bin doch schon im Bett was war das bitte für unnötig grad das war wie ich eingeschlafen bin und nicht eingeschlafen bin ja ich brauch Gobblestone schön für meine Öfen kannst du warte mal warte mal nein 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 ich will ja was klein ich gebe dir was du ignorierst das hält richtig gut erfasst jetzt mach ich doch bitte hier was kannst du kurz lava holen das wäre ganz nett ich habe doch gar nichts bekommen ein eimer ja kannst du das aber holen hol doch selber aber was zu tun halt die fresse in deinen scheiß selbst ich weiß aber schon was ich baut dafür brauche ich auch kappe und wo ist lava ich habe doch keine ahnung bin ich hier denn alter postbote alter postbote ja kann man aber selber herstellen haben die muss eigentlich acht stecks cobblestone bekommen erwarten auch einen ofenweg junge ich wir sind einzigartig jetzt kommt auch noch kohle ich will die doch gar nicht sei nicht so zu kohle entschuldigung ich bin gerade ganz tief verletzt das juckt mich nicht ha 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 gravel fuck siehst du sonst hast du immer das ganze in mit haar voll mit koppel Gallon und dann wenn du es mal brauchst dann dauert es ewig und das langweilige wer zu holen es ist stimmig Jetzt kommt Eisen, ey, Mann. Dann kommt Diamanten, ey, Mann. Ach Gott, Diamanten. Ja, auf der Höhe kommt doch eh keiner, oder? Wie hoch sind die? Ja, deswegen sind wir. Wir sind auf 10. Nee, wir sind auf 25. Ja. Jetzt sind wir. Ich weiß gar nicht, wie die auf... Wo steht denn das nochmal? Wenn du auf auf 3, dann ist es bei XYZ. Und das in der Mitte. Nein. Och, was ist sonst? Wir sind auf Ebene 9, jetzt steht es bei Chunk. Spann ich die Höhe. Natürlich die Höhe, das ist halt die Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt 8 Blöcke... Jetzt, pass auf. Jetzt bau dich mal 9 Blöcke runter. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hast du Fackeln? Ich hab keine. Warte, ich kann mir welche machen. Du hast doch welche jetzt. Okay. Jetzt sind wir auf Ebene 5. Und jetzt bau ich noch 1, 2, da runter. Ebene 3. Oh, da ist ja nichts. Hä? Hm, vielleicht stimmt das doch nicht. Vielleicht ist der André doch schlauer, als man denkt. Als man gedacht haben tut. Wir sind jetzt... Wir sind jetzt... Die spawnen trotzdem auf 25 schon. Nein. Ja, warum sind wir dann da... Maaann. Ebene 10 spawnen die aber. 13. Hier, der zeigt bei Chunk jetzt aber auch 10 an. Und oben auch 10. Jetzt 11, 11, 12, 12. Nur vorhin hat er oben 9 angezeigt. Ich weiß noch nicht, was. Halt doch die Fresse. Finde den Weg nimmer. Oh, nö. Und ich weiß gar nicht, wo du jetzt hinkist. Ich bau Gobblestone ab. Werde... Das nutze ich gleich effektiv als... Ja, als Suche nach einer geilen Höhle. Oh, da ist Redstone. Brauche ich auch. Ich will so eine richtige Geheim-Basis mit Sekretz machen. Mit Sekretz? Warum habe ich hier F3 noch an? Habe ich auch. Lustig. Darum habe ich gelacht. Haha, neu rausgekommen. Fuck. Oh, hier ist Redstone. Hier ist Gold. Hey, du findest lauleste Scheiß-Sachen, ey. Was ist los? Na, aber Gold ist eigentlich echt scheiße. Ja. Das einzigste Trott ist mir damit auch unnötig. Nicht jetzt gar nicht. Na, ich meine, für mich ist es so nötig. Ich weiß damit nichts anzufangen. Ja, wenn du nichts vorhast damit, dann ist es schon unnötig. So, jetzt habe ich... 3 64-Stacks. Na ja. Kann ich wenigstens etwas schon damit anfangen. Also ich kann auch nicht weiter machen, weil meine Ding kaputt ist. Fuck, meine Spitzeuge ist gerade kaputt gegangen. Ja, meine eben auch. Und wir hast so viel gemeinsam. Wollen wir heiraten? Super. Und du musst dich ja auch zwei Blöcke runterbauen, immer. Junge, komm her. Was bin ich denn? Hä, bist du doof? Alter. Achso, stimmt. Du bist ein dummer Hurensohn. Dann mach ich ne Werkbank extra nur für dich. Ich schätze das. Oh, jetzt hab ich einen Job gemacht. Du bist so ein Pilz-Esser. Ja, sorry, aber was soll ich machen? Nein! Halt die Frische. Bist du dir immer noch... Ups. Au, danke. Ich hab dir recht. Was soll das da oben mal ab? Glaubst du, glaubst du, immer noch Pilze gehören zur Art des Gemüses? Hau ab! Hä, was? Ja, bau ab. Ja. Okay. Schreibt's mal in die Kommentare, gehören. Pilze zur Gemüseart oder ist es seine eigene Art? Ja. Okay. Danke, ne? An alle. Fuck, warum kropp ihr hier nicht raus? Also, ich bin draußen. Ja. Jetzt hör doch mal auf, hier alles zuzubauen. Ich hätte nichts, was rauskommen sollen. Ich hab keine Spitzaktion. Ja, wir bauen eine Treppe nach oben. Das soll ja hier eine... Ich bin schon oben. Jetzt kommst du ja nie wieder runter. Okay, du darfst meine Treppe nie wieder runter verwenden. Und dann nicht mehr hoch. Treppe habe außerdem ich gemacht. Ich mach gerade eine Treppe draus. Du hast einfach sinnlos nach unten gebuddelt. Achso, da meinst du? Ich dachte, man ist allgemeinrunde. Mit dir hab ich gebaut. Die gehörten mir. Da hab ich die rechte. Okay. Butterpilzschmalz. Ja. Aber das mal 5 rechnen und dann 7 rausbekommen. Ja, schon. Welches Level bist du? 17. Ist da jemand nur 17 und bin ich 20? Ja und? Nächstes Jahr werde ich 17, hä? Cool. Ja. Das ich brauch unbedingt Stein. Ach, jetzt hab ich den... Oh nein. Fuck, ich kann den Scheiß gar nicht mehr einsammeln. Wegen einem Scheiß-Holz-Knopf. Der hab ich immer noch nie zugeschmissen. Und einer Steindruckplatte und... Verpiss dich doch. Was hätt ich damit machen können? Also ein bisschen Stein ist in der Truhe als Schadenersatz. 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 Ne, das heißt wirklich Schadenersatz. Halt die Fresse. Das hättest du mir jedes Mal sagst, wenn du was falsches sagst. Finde ich lustig. Danke. Bitte. Gott. Das dauert ewig. Dass wir aber noch keine Diamanten gefunden haben, Madden. Ja. Das ist eigentlich schon heftig. Ja. Hätt ich nicht erwartet. Man, immerhin ist das Part... 15. 16. Oder ich guck... Ich bin am gucken. Hallo. Hi. Schön, ich starte AuPair und hab nur noch 18 FPS. Das ist doch perfekt. Mein Kanal. So, das letzte Video war Part 15. Das heißt, das ist hier das Part 17. Oh. Hä? Hä? Was? Hast du gesagt, der letzte Part war Part 15 und jetzt sehe ich hier Part 17? Ja. Nein. Zum... 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 Zum diesem Zeitpunkt der Aufnahme war der letzte Part... Part... Äh... Weiß schon... 15. Klar, wenn ihr dieses Video seht, dann ist Part 16 ja schon drauf. Achso. Aber wir haben ja heute zwei aufgenommen. Was ist das denn jetzt? Wir haben heute schon zwei aufgenommen. Und ja. Wir sehen uns wieder... Vier Stück? Weißen uns sogar mehr, wieviel. Cool. Fuck. 32, die kann auch nochmal aufteilen. Was machst du da oben, Mann? Nichts, gar nichts. Da oben. Ich will direkt zwei Flecke hinter dir. Nein, der Hebel. Hör auf. Nein, die Schiene. Mach doch weg, das ist doch unnötig, was du machst. Findest du? Alte Birne, glaube ich. Die Schienen. Schlafen. Die Schienen. Komm, schlafen. Ich bin dein Hurensohn. Ja. Ey. Ey, ey, alte. Ach, mein Schadenersatz hast... Äh... Schadeners... Schadeners... Schaden... Schaden... Mein Gott, du hast mich so verwirrt, jetzt. Schadenersatzstein hast du mir schon rausgeholt. Ja. Hast du mir schon... Okay, pssch. Würde ich auch sagen. Ich brauch Steinsteppentrufen. Mhm. Mein König, ich brauch'n Schopf. Den hab ich vorhin weggeprellt. Das hab... Okay, so. Okay, so. Steintreppentrufen. Können wir machen. Nee, pass auf. Etzer. Äh. Was machst du bitte grad? Bitte sag mir, dass du keinen Scheiß machst. Nee, nee. Eigentlich sieht das ganz okay aus. Verdammt, ein Koppelsturm fehlt mir. Hab jetzt bloß nix mehr. Nein. Ach, jetzt komm. Der kommt mir doch gar nicht mehr links und rechts raus, wenn wir irgendwie schnell weg müssen. Das ist ja voll... Behindert. Machen wir einfach mal so Lücken rein. Nein, Mann. Jetzt komm. Da ist ein Creeper mitten auf dem Weg und wir kommen nicht mehr raus. Dann hat du... Und der nächste Ausgang ist erst da links, ja, im Hardcore-Modus. Gar nicht riskant. Ja, wenn wir später denn die Rüstung haben, mit voll verzaubert. Mhm, soweit es wird wahrscheinlich kommen, ne? Ja, klar. Ganz locker easy würdest du. Ganz, ganz locker easy. Mhm. Achso, ne, bringt ja gar nichts, wenn wir dann hier die... ...Männchen. Ich glaub... Ja, ich glaub 30 müsste noch reichen. Frage ist... Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast, ich baue eine Villa. Mhm. Eine so richtig schöne, bronsige, schöne Villa mit dem Audi R8. Ja, die baust du auch, oder? Ja, klar. Ne, den crafte ich mir. Ja, okay. Ich hab bloß kein Platz. Die ist alles so... Klein. Verdammt. Kann ja eigentlich auch ein bisschen weiter weggehen. Nicht zu weit, aber ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Mal, wenn ich jetzt ein bisschen hier hingehe. So. Es ist Eftel-Dollar-Platz. Eftel. Eftel. Ach, da fängt aber schon Sand wieder an. Aber hier ist es eigentlich echt nicht schlecht. Na, dann mach ich das hier einfach mal. Super duper sieht das aus. Dann baue ich jetzt ein bisschen Talk-Dirty zu mich ab. Talk-Dirty-to-mi-zu-mi-mich-ab. Ups. Oh, das war's doch schon wieder mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.